Was geht ab Leute, Seidus wieder da und zwar mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 942 mit dem schönen Titel Daimyo von Hakumai, Shimotsuki Yasui Und hier haben wir auch schon das erste über das wir uns unterhalten können, denn der Name Shimotsuki ist in One Piece schon einmal aufgetaucht Und zwar wenn ihr euch erinnern könnt, Zoro, Koshiro, Kuina, sie alle kamen aus diesem Dorf bzw. haben in diesem Dorf gelebt Ja, Shimotsuki ist Zoros Heimatdorf Und hier können wir uns gleich mal die Frage stellen Wieso hat Zoros Heimatdorf im East Blue den gleichen Namen wie ein hochrangiger Daimyo aus Wano Kuni Eine mögliche Antwort könnte es sein, wie wir ja wissen, gab es mal ein Schiff, das von Wano Kuni in den East Blue gereist ist Wir wissen nicht genau, wohin es in den East Blue gereist ist, aber es wäre natürlich nahe der Vermutung, dass es eben in Zoros Heimatdorf gegangen ist Vielleicht haben sich dort einfach ein paar Samurai zur Ruhe gesetzt sozusagen, weil sie halt eben aus Wano Kuni geflüchtet sind vielleicht damals Und haben somit das Dorf Shimotsuki gegründet, weil möglicherweise kamen sie eben aus Hakumai Also diesem Dorf, wo die Shimotsukis vielleicht regiert haben oder ähnliches Genaueres wissen wir noch nicht, aber es lässt wieder eine Parallele schließen zwischen Zoros Vergangenheit und Wano Kuni Auf jeden Fall sehen wir als allererstes Yasu und dieser erinnert sich an seine Vergangenheit mit Oden Kutsuki Yasu wurde in Hakumai geboren und wurde von allen Samurais verehrt Nur der junge Oden Kutsuki das einzige was er im Kopf hatte war Ich will zur See und wie wir wissen hat er sich das später erfüllt Indem er der Roger Piratenbande bzw. der White Bee Piratenbande beigetreten ist Danach switcht die Szene rüber nach Bakura Town Genau dort wo Yasu jetzt gerade hingerichtet werden soll Orochis Unterlinge erzählen was Yasu alles so verbrochen haben soll Denn anscheinend hatte Leute angestiftet gegen Orochi zu rebellieren und deshalb soll er eben hingerichtet werden Yasu selbst sagte zwar er sei der Witching Our Boy Aber wie wir ja jetzt seit dem Titel spätestens wissen ist seine wahre Identität Der Hakumai Daimyo Shimotsuki Yasui Und das interessante an der Sache ist Trotz dass er selber gesagt hat er wäre der Witching Our Boy Revidiert er jetzt seine Meinung und behauptet Nein 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 Ich bin nicht der Witching Our Boy Ich wollte einfach nur Unruhe stiften Und hier stellt sich jetzt nochmal die Frage Wieso macht er das? Ich meine Geben wir mal von zwei Möglichkeiten aus Erste Möglichkeit Er war der Witching Our Boy Möchte es jetzt aber nicht mehr sagen Wieso? Das ergibt keinen Sinn Jetzt kurz bevor er hingerichtet werden soll Kann es doch einfach zugeben Ist doch jetzt auch schon scheißegal Möglichkeit zwei Er war nie der Witching Our Boy Hat es einfach nur behauptet Und revidiert jetzt wieder seine Meinung Auch das ergibt eigentlich wenig Sinn Ich meine Ich behaupte doch nicht irgendwas Um es dann später wieder zu revidieren Ich meine er kann damit ja auch keinen schützen oder sowas Weil jetzt sind die Leute natürlich wieder auf der Suche nach dem richtigen Witching Our Boy Ein bisschen blöd Also check ich nicht ganz wieso er das gemacht haben soll Als nächstes switch die Szene rüber in die Hauptstadt am Eingang zum Flower Capital Und einige Leute aus Ibizu versammeln sich dort denn sie möchten in die Hauptstadt kommen Denn sie haben gehört dass Yasuo immer noch lebt und freuen sich ihn wieder zu sehen Otoko, Hiyori und auch Zoho sind aber immer noch auf dem Weg zum Exekutionsplatz Danach switcht die Szene wieder zurück zu Yasuo Puh Ja Er selber sagt Der Kotsuki Clan sei schon lange nicht mehr so stark Dass sie zurückschlagen könnten Aber er konnte das selber anscheinend nicht akzeptieren Deswegen hat er die Gerüchte gestreut Dass die Kotsukis wieder da sind Und einen Plan haben um Orori zu vernichten Er möchte sich nun aber einfach entschuldigen Denn das Ganze war anscheinend nicht wahr Er hat dadurch viele Unschuldige ins Gefängnis gebracht Und deswegen bereut er das Ganze Ja das ist ein interessanter Plan Also erst verrät er dass alle da sind Und dann entschuldigt er sich und sagt das wäre eine Lüge Obwohl wir ja wissen es ist keine Lüge und er weiß es ja auch Das macht er einfach nur damit die Leute eben Also gerade die Strohu Samurai Mink Allianz Wieder ihren Plan aufnehmen können Er will die Leute dazu bringen Dass sie sagen Ach stimmt die Kotsukis Das kann ja nicht sein Und die sind nicht da Und blablabla Und dass halt Orori und Kaido und sowas Eben keine Aufmerksamkeit In Richtung Strohhüte Minks und Samurai lenkt Ob das noch klappt Ob die Leute wirklich so blöd sind Also gerade ein Kiyoshiro wird das durchchecken Dass es einfach nur eine Lüge von Yasuo ist Bei Orori der ist vielleicht um genug um das zu glauben Und dann wieder Oh okay ich dachte schon die Kotsukis wären da Mein Kopf würde gleich abfallen Dann bin ich ja beruhigt wenn sie nicht da sind Außer seine Angst ist so groß Dass er Yasus Lüge jetzt nicht mehr glaubt Und immer noch der Meinung ist dass die Kotsukis da sind Bam 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 Und wenn wir natürlich gerade von Orori sprechen Der kommt natürlich auch zum Exekutionsplatz Yasuo schreit ihn darauf direkt an Hey lass mich nochmal sagen was die schon lange verfolgt Du engstirniger Shogun Wirst niemals an den großen Shogun Oden Kotsuki rankommen Und daraufhin schießt Orori auf Yasuo Und auch die Unterlinge von Orori schießen auf Yasuo Und exekutieren ihn Aber Yasuo stirbt mit einem Lächeln im Gesicht Das traurige an der Sache Otoko Hiyori Und Zoro Sehen das ganze mit Sie sehen den toten Yasuo Alle Leute die auf dem Platz sind heulen Auch die Leute aus Ebisu weinen Doch wie wir sie kennen mit einem Lachen im Gesicht Selbst seine Tochter Otoko Und das regt Zoro irgendwie auf Warum lachen sie Trotz dass sie heulen Und er möchte sie stoppen Doch Hiyori stoppt Zoro Und erklärt ihm wieso Denn die Leute aus Ebisu Sie können nicht anders als zu lachen Sie können ihre Gesichtszüge nicht mehr ändern Sie haben immer ein Grinsen Auch wenn ihnen zu heulen zumute ist Oder sie Angst haben Oder sie gelangweilt sind Egal Sie müssen immer lachen Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Shogo von Batman Weiß auch nicht wieso Naja egal Und zwar liegt es nämlich daran Dass Orochi und Kaido Die Smile Teufelsfrüchte mit nach Wano Kuni gebracht haben Und im ersten Moment habe ich mir so gedacht Hä? Was? Die haben doch gar keine Smile Teufelsfrüchte gegessen Was hat das jetzt damit zu tun Dass die immer lachen? Ja Pretty obvious Dann ist es mir ein bisschen in den Sinn gekommen Smile Teufelsfrüchte Zu deutsch Lachteufelsfrüchte Oder Lächelteufelsfrüchte Ich habe mich ja schon lange gefragt Warum die Dinger Smiles heißen Da haben wir vielleicht die Lösung Sie bringen andere Leute aus irgendeinem Grund Zu einem Dauergrinsen Dass sie nicht mehr anders können Außer lachen Hier stellt sich jetzt halt natürlich die Frage Was haben jetzt die Teufelsfrüchte damit zu tun Dass die Leute aus Ibizu Dauerhaft lachen? Klaro Smile Teufelsfrüchte Kann man einfach assoziieren Dass es irgendwie was damit zu tun hat Dann habe ich mir nochmal überlegt In Dressrosa Wo ja die Teufelsfrüchte produziert worden sind Diese großen Tanksbehälter mit irgendeiner Flüssigkeit drin Hießen ja S-A-D Also sad Zu deutsch traurig So hundertprozentig genau erklären kann ich euch nur nicht Was es damit auf sich hat Aber Ein möglicher Gedankengang von mir ist Dass halt Diese Flüssigkeit Die in diesen Tanks drin ist Die sich S-A-D Also sad nennt In irgendeiner Form Die Traurigkeit der Menschen aus Ibizu vielleicht ist Wie das rausgezogen werden kann Keine Ahnung Und was genau das sein soll Irgendeine Essenz Blut Knochenmark Whatever Kein Plan Aber ich meine Wir haben Eine sad Flüssigkeit Also eine Traurigkeitsflüssigkeit Und wir haben Die Lächel Teufelsfrüchte Also die Smile Teufelsfrüchte Das muss doch in irgendeiner Form zusammengehören Und dann haben wir halt noch die Leute Die eben Aus Ibizu stammen Die nur noch lächeln können Und Hiyori sagt auch noch Dass es halt eben was mit diesen Teufelsfrüchten zu tun hat Da sie selber keine Teufelsfrucht gegessen haben Kann es ja nur mit dem Herstellungsprozess zu tun haben Also Wie ich mir das ganze vorstelle Ist einfach wirklich so Den Leuten aus Ibizu Die waren sozusagen Versuchskaninchen Ihnen wurde irgendwie Entweder die Emotion Traurigkeit entzogen Oder Irgendwas Was sie darum bringt Dass man halt eben Traurig gucken kann Irgendwas wurde ihnen in dieser Form Entzogen Aus ihrem Körper Deswegen Können die Leute aus Ibizu Denn Nur noch lächeln Denn wenn man natürlich Keine Traurigkeit mehr hat Oder diese Emotionen nicht mehr zeigen kann Kann man ja nur noch eine andere Emotion zeigen Und das Gegenteil von Traurig ist halt nur mal lächeln Sozusagen Diese Flüssigkeit wurde gesammelt Und wird irgendwie Und wird irgendwie dazu benutzt Um Smile Teufelsfrüchte herzustellen Deswegen auch der Name Smile Ich habe so absolut keinen Schimmer Wie das wirklich vorangehen soll Was ich da rausziehen möchte Um irgendwelche Früchte herzustellen Die mich dann in ein Tier verwandeln können Ist ein bisschen zu hoch Aber ich werde mal die nächsten Tage drüber nachdenken Und vielleicht wird sich ja Dann doch die eine oder andere Halbwegs logische Erklärung finden lassen Sind wir einfach mal gespannt Naja Wenn ihr dazu eine Idee habt Schreibt sie gerne in die Kommentare Wenn euch das Video gefallen hat Wisst ihr ja wie immer Daumen nach oben Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt Drückt einmal auf den dicken fetten Abo-Button Und ich hoffe wir sehen uns auch morgen wieder Beim Kapitel-Review Und was ich euch leider auch noch sagen muss zum Schluss Nächste Woche ist wieder Pause Es gibt kein Kapitel Wie immer wünsche ich euch trotzdem viel Spaß Und haut rein Ciao